Matthias Johann Freiherr von der Schulenburg, seit 1715 Graf von der Schulenburg, war Generalfeldmarschall im Dienste der Republik Venedig und erbherr auf Emden und Delitz. Als Kaiser Karl VI. ihn in den Reichsgrafenstand erhob, war er der Erste in der Adelsfamilie von der Schulenburg mit diesem Titel. Leben Er wurde als Sohn des Kurbrandenburgischen Geheimrats- und Kammerpräsidenten Gustav Adolf von der Schulenburg und der Petronella Ottilie Geb von Schwenken a. D. H. Haselünne geboren. Nach einem Studium in Paris und Saumur trat er 1685 als Kammerjunker in den Dienst des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig. 1687 bis 1688 kämpfte er als Freiwilliger mit den kaiserlichen Truppen in Ungarn gegen die Türken. Nach seiner Rückkehr wurde er zum Oberkammerjunker und Hauptmann einer Infanteriekompanie ernannt. In den nächsten Jahren stieg er rasch in der militärischen Hierarchie des Herzogtums auf und befehligte in der Folge, z.B. bei Feldzügen am Rhein immer größer werdende Truppen Kontingente Braunschweigs. Gleichzeitig war er für den Herzog in diplomatischen Missionen tätig. 1699 trat Schulenburg im Rang eines Generalmajors eines deutschen Regiments in die Dienste des Herzogs Victor Amadeus II. Von Savoyen nahm 1699 an der Unterdrückung des Aufruhrs der Waldenser teil, kämpfte 1700 gegen Prinz Säugen von Savoyen, führte 1701 eine Brigade der Armee des Marschalls Nikolas Katinat. Er bat aber nach einer schweren Verwundung den Abschied aus den Diensten des Herzogs. General im Dienste Sachsen Polens 1702 wurde er im Rang eines Generalleutnants in die Armee August II. von Polen aufgenommen und nahm am Großen Nordischen Krieg im Kampf gegen die Schweden teil. In der Schlacht bei Klisso stand er als Befehlshaber der sächsischen Infanterie erstmals dem schwedischen König Karl XII. Gegenüber und verhinderte durch geistesgegenwärtigen Rückzug über die Nieder die Einkesselung der sächsischen Armee. Im folgenden Jahr kommandierte er im Rahmen des Spanischen Erbfolgekriegs das kur-sächsische Reichskontingent in der Oberpfalz und am Oberrhein. 1704 wurde ihm von August dem Staaten das Kommando über die sächsisch-polnische Feldarmee bei Warschau übertragen. Da er keine Schlacht gegen die anrückenden Schweden wagte, zog er sich zunächst nach Posen zurück, wo er hoffte, sich mit einem russischen Kontingent unter Johann Reinhold von Patkul zu vereinen, das allerdings von der schwedischen Übermacht fast bis zum letzten Mann aufgerieben wurde. Vor den nachstoßenden Schweden unter Karl XII. Hürte Schulenburg die verbliebenen sächsischen Truppen durch einen meisterhaften Rückzug nach Schlesien. Nachdem er im letzten Gefecht bei Punitz kurz vor der schlesischen Grenze die heftig anstürmenden schwedischen Dragona abwehrte, zog sich seine Armee über die Oder nach Sachsen zurück. In Anerkennung seiner Leistung, insbesondere der Standhaftigkeit gegen den unbesiegten schwedischen Kriegshelden Karl XII., wurde Schulenburg bald darauf von August II. zum General befördert. An der Spitze eines aussächsischen und russischen Truppen gebildeten Chor rückte Schulenburg im Januar 1706 abermals in Polen ein. Bevor er sich befehlsgemäß mit dem Hauptkontingent August des Starken vereinigen konnte, ließ er sich jedoch durch eine Rückzugsfinte des schwedischen Feldmarschalls Karl Gustav Renschiel zu einem Angriff verleiten. In der Schlacht bei Fraustadt wurde er am 13. Februar trotz zahlenmäßiger Überlegenheit besiegt. Schulenburg, der im Kampf an der Hüfte verwundet wurde, rechtfertigte sich gegenüber dem König, weil seine Soldaten und besonders die Kavallerie trotz guter Stellungen, feige, davon gelaufen seien. In seinem Bericht forderte er ein strenges Kriegsgericht über die Deserteure, das der König tatsächlich abhielt, indem er 30 Dragona zum Spießrutenlaufen verurteilte und 14 hinrichten ließ. Nachdem Frieden von Altranstedt zu dem Sachsen durch einen schwedischen Vorstoß bis zur Elbe gezwungen wurde, war Schulenburg weiter im diplomatischen Auftrag August 2. tätig. 1707 kehrte von der Schulenburg in den aktiven Militärdienst zurück und kämpfte im spanischen Erbfolgekrieg in Flandern, wo er zuerst ohne Kommando, dann ab 1708 an der Spitze eines sächsischen Truppenkontingents unter der Führung des britischen Kommandeurs John Churchill. 1. Duke of Marlborough an der Schlacht bei Udenade und den Belagerungen von Lille und Tournee teilnahm. In der Schlacht bei Malplaké am 11. September 1709 befehligte Schulenburg 40 Bataillone Sachsen und andere Reichstruppen, die die Hauptlast des Kampfes trugen. Anschließend nahm er an der Belagerung von Mons sowie 1710 unter Prinzzeugen an der Belagerung der Städte Duai und Bethune teil, das er am 28. August zur Aufgabe zwang. Feldmarschall der Republik Venedig Im April 1711 gab die sächsische Krone seinem Entlassungsgesuch aus der Armee statt. Nachdem er vergeblich versucht hatte, in kaiserliche Dienste zu treten, wurde er am 15. Oktober 1715 im Rang eines Feldmarschalls, zunächst für drei Jahre, später auf Lebenszeit in die Dienste der Republik Venedig aufgenommen. Gleichzeitig wurde er von Kaiser Karl VI. in den Stand eines Reichsgrafen erhoben. Die Serenissima war durch die Kriegserklärung des Osmanischen Reichs 1715 und den folgenden Verlust der Halbinsel Morea in größere militärische Bedrängnis geraten. Und Schulenburg galt wegen seiner defensiven Qualitäten als der geeignete Mann für den Oberbefehl über die venezianische Landarmee. Die von ihm geleitete Verteidigung Corfus gegen die Türken ist eine der berühmtesten Leistungen der neuzeitlichen Kriegsgeschichte. Sie wurde von Antonio Vivaldi in dem Oratorium Juditatrium Fans allegorisch verhelligt. Ihr folgten die Einnahme der Festung Butrinto und die Besetzung von Santa Maura. Als Dank für seine herausragenden Taten beschloss die Republik Venedig noch im Kriegsjahr 1716 ihm auf Corfu ein Denkmal zu errichten. Das Marmorstandbild wurde von dem Bildhauer Antonio Coradini geschaffen. 1718 unternahm Schulenburg mithilfe der venezianischen Flotte einen Einfall in Albanien, musste sich aber infolge des Frieden von Passarovitz wieder zurückziehen. Dabei wurde die erfolgreich begonnene Belagerung des Hafens von Dulcinho zu See und Land wieder aufgehoben. Und die venezianische Expeditionsarmee mit deutschen, schweizerischen, italienischen und dalmatinischen Truppenkontingenten schiffte sich. Zwar unter größeren eigenen Verlusten aber diszipliniert wieder ein. In den folgenden 29 Jahren war Schulenburg eine konstante Größe in der Außenpolitik Venedigs. In realistischer Einschätzung der verbliebenen Kräfte richtete er sein Augenmerk dabei vor allem auf die Sicherung der Republik und ihrer Stellung. Im Adria-Raum durch den Ausbau der Festungen und der Defensivstreitkräfte. Prinzzeugen von Savoyen und der Diukov-Malbore schätzten die militärischen Fähigkeiten Matthias Johann von der Schulenburg sehr und brachten dies auch in ihrer über militärische Fragen weit hinausgehenden Korrespondenz mit dem Feldmarschall zum Ausdruck. Auch der König von Preußen Friedrich Wilhelm I. schätzte ihn, denn er verlieh Schulenburg 1739 die höchste preußische Auszeichnung, den Schwarzen Adlerorden, Schulenburg als Sammler und Metzen. Während seines über 30 Jahre andauernden Aufenthaltes in Venedig entwickelte sich von der Schulenburg zu einem begeisterten Kunstsammler und Metzen zeitgenössischer Künstler. Neben einem beträchtlichen Bestand angemählten Altermeister lag der Schwerpunkt seiner Sammeltätigkeit bei der zeitgenössischen, venezianischen Malerei seiner Epoche. Der Feldmarschall wurde zu einem der wichtigsten Förderer von Malern wie Antonio Gardi, Francesco Simonini und Giambattista Piazzetta. Seine Sammlung wurde ab 1736-37. in 13 Sendungen sukzessive nach Berlin verschickt, wo sie in der Galerie des Neuerbauten Berliner Palais von der Schulenburg in der Wilhelmstraße 77 ausgestellt wurde. In Deutschland stand die unstete Galerie des Feldmarschalls, wie sie genannt worden ist, in direkter Konkurrenz zu den fürstlichen Gemäldesammlungen. Sie war eine der größten, wenn nicht die bedeutendste Sammlung eines nicht regierenden Hauses und in Preußen nach der Königlichen die wichtigste Kunstsammlung. Tod in Verona Matthias Johann Graf von der Schulenburg starb am 14. März 1747 in Verona im Alter von 86 Jahren. Postum wurde er ähnlich wie vor ihm General Otto Wilhelm von Königsmark von der Serenissima mit einem Denkmal geehrt, welches im großen Atrium des Arsenals von Venedig angebracht ist. Dieses Grabmonument enthält ein Marmor-Porträt-Relief und stammt von dem bedeutenden venezianischen Bildhauer Giovanni Maria Morleiter. In Verona befindet sich ein Denkmal im Cortile del Tribunale. Schulenburgs Schwester Ehrengard Melusine wurde als Maitresse des britischen Königs Georgie von Großbritannien die Duchess of Candle.